Bro, das zockt kein Mensch mehr. War geil, aber jetzt nicht mehr. Mir ist schon klar, dass kaum noch jemand das ja Anwaltspiel spielt. Warum sollte man auch? Wenn man die Story durch hat, ist das Spiel halt durch. Trotzdem werde ich auf jeden Fall noch den Multiplayer und einen epischen Bosskampf machen. Zum einen für die Leute, die darauf warten und zum anderen, weil ich gerade das erste Mal einen Multiplayer entwickle und dabei echt viel lerne. Beim nächsten Spiel kann ich dann direkt einen coolen Multiplayer hinzufügen und, wer weiß, vielleicht haben dadurch ja auch wieder ein paar Leute Bock auf das Game.